Ponys! Ponys, komm, komm! Komm, Ponys, komm! Klicker-trainierte Pferde kommen gerne zum Training. Sie freuen sich auf die gemeinsame Arbeit mit den Menschen. Eine ganz besondere Freundschaft entsteht. Und auch wieder die isolierte Bewegung, die dem Pferd hilft, sich besser zu koordinieren. Doch was macht den Reiz des Klicker-Trainings aus? Das Pferd wird zum gleichberechtigten Trainingspartner und alles geschieht komplett ohne Zwang. Man berührt das Pferd, die Trachte kommt hoch. Beim Training über positive Verstärkung entscheidet das Pferd selbst, ob es auf ein Signal reagiert oder nicht. Arbeitet es mit, erfolgt Belohnung. Arbeitet es nicht mit, bleibt die Belohnung aus. Pferde werden zu regelrechten Workaholics, weil sie ganz versessen darauf werden, sich Leckereien zu verdienen und freudig mitarbeiten, bis der Kopf qualmt. Beim korrekten Schulter herein geht das Pferd gleichmäßig gebogen und bewegt sich über die gebogene Seite. Jetzt ist der Muskel angespannt, das soll nicht sein. Jetzt lass mal runter. Und jetzt wird es hier ganz locker. Genau wie ich sagen kann, kannst du den Kopf nach unten nehmen, kann ich ganz hart anfragen, kannst du den Kopf auch zur Seite stellen. Und das wird dann wieder belohnt. Wichtig ist der regelmäßige Handwechsel. So wird gewährleistet, dass beide Seiten gleich gymnastiziert werden. Hals länger nach vorne und mehr die Hüfte. Mehr die Hüfte, ja, 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 super. So macht Pferdetraining Spaß. Unter Berücksichtigung des Wesens und der Bedürfnisse unseres Pferdes. Und natürlich mit Freude am gemeinsamen Miteinander. Das macht den Reiz des Trainings auf Basis der positiven Verstärkung aus. Klickertraining ist eine äußerst effektive Trainingsmethode, die komplett auf Druck und Zwang verzichtet. Wer auf diese Art und Weise mit seinem Pferd arbeitet, wird erleben, dass selbst lustlose oder vermeintlich arbeitsfaule Pferde wieder Spaß am Training entwickeln. Ein wunderbarer Nebeneffekt bei der Arbeit über positive Verstärkung ist, dass die Bindung zwischen Mensch und Pferd enorm verstärkt und gefestigt wird. Alles im Leben braucht seine Zeit. Aber eines Tages wird das Unmögliche möglich werden. Auch für Sie.